so denken das ist was nach manchen das ist was die menschen vom tiere unterscheidet nach jedoch untertänigen ansichten welche das natürliche tunlich untern dann ist mensch untergegangen im gang vergangen ist mensch dann im gang aller dinge gefährlich verfahren sind solche wesen dann da welche menschen heißen das denken ist dann das was solche verfahrenen vergangenen verständigen so vernünftigen wesen von solchen versehrungen entsehrt bis es unversehrt ist bis es heil ist im gang aller dinge dann ist es unnötig dann sind wesen im natürlichen treiben scheidlich beisammen was wesen welche in unterscheidungstreffenden verschiedlichkeiten verankert versehrt verglichen sind löst entsehrt ins unversehrliche das denken ist also ein akt welcher da ist so natürlicher trieb vertrieben ist so wesen im unwesentlichen versunken sind so wesen in not geraten sind dann ist also das denken ein akt welcher mensch welcher mensch welcher menschen in not wenden macht das mensch dann so töne dass stimme dabei unerschöpfliche schöpferkraft ist wo dinge wo mensch dinge nötig hat ist mensch in not wo mensch menschen wo menschen menschen nach noten richten ist mensch in not so mensch klang notet ist mensch in not so mensch schein nötet ist mensch in not so noten scheine das handeln beeinflussen ist mensch in not geist begeisterte sind im seelischen verschlafen wache seelen sind unverschlafen sind unumgeistert unfall logik los logik logik los in grammatikalischen verhältnissen steckt logik in gerichteten fallen fest das los spricht nach das los spricht nach grammatikalischer belehrung das wort in eine unmacht unmacht schamlos deutet danach unschamt jedoch logisch ein seht ist das deutlich falsch unverschämt ist das schamlose weißlich das verschämte ist das ist das scham verklemmte verklemmungen hemmen triebe so dass das harmlose verharmt was menschen in gefährliche so leidliche situationen einschließt macht ist da los so kraft ungesetzt ungerichtet im fluss ist menschen welche unfall angst haben stecken in fallen fest das wort unfall deutet dass etwas ohne fall ist unfall fragen sind fragen welche keine fallen stellen eine oft gestellte fallfrage ist die frage nach dem gefallen gefallen gefall ich dir hat es dir gefallen solche fragen verheddern menschen in gefällte verhältnisse das klingt unvernünftig jedoch ist vernunft ein eine fallenstellung welche nach gesicherten verhältnissen gesicherten erfahrungen orientiert ist klar ist solches so ich das stammwort klariniere statt die kliniere so mensch in fahrt ist ist menschen fluss erfahrung deutet nach dem gebrauchsdeutsch gebrauchsdeutsch eine fahrt welche gewesen ist also gefahren ist vernunft also etwas so mensch befahrene fährten fährt welches sehr gefahrene fährten sind logisch sind nun solche in gefahr welche gefahren fahren mensch ist im fahren dann vergangen was macht das mensch im fahren verfahren ist verfahrenstechnik also eine gefährliche strategie eine gefährliche fahrt welche das fahren gefährlich schön dank ich mach nun schluss heute tschüss tschüss Vielen Dank.